Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Part von Star Wars Awakening of the Rebellion. Wird gerade zuerst Empire at War sagen. So, ich habe eben kurz das Licht angemacht, damit ich besser sehen kann. Also, letzten Part, wie gesagt, haben wir Micro verloren. Da arbeiten wir jetzt aber gerade daran, dass wir eine Flotte aufbauen und uns das wiederholen. Das ist eigentlich echt eine recht große Flotte. So, ja, wird 4. Wie viel bringt uns diese Tibana Gas Raffinerie? Das hier irgendwo. Tibana Gas Raffinerie, 500. Jo, ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Okay, Jedi Knight. Cool. Okay, hier können wir eigentlich auch noch mal ein Supply Depot bauen. Auch wenn das dann nur 100 mehr gibt oder so, aber Geld ist Geld. So. Ähm. Haben wir jetzt Nachbarheit-Fregatter gebaut? Wir brauchen halt mehr von, damit die jetzt schlagkräftig sind. Woher habe ich hier? Ne, habe ich nicht. Okay. So, wir bauen jetzt hier eine X1. Wir bauen hier eine X1. Ähm. Hier würde ich eigentlich auch gerne eine X1 bauen. Ist aber leider gerade finanziell nicht drin. Wir haben 224. Äh. Ach, doch. Dann bauen wir hier auch noch mal. Ja, Herr. Genau. Wo bist du? Du bist hier. Wo bist du hier? Da gehörst du hin. So. Ja, das mit. Entschuldigung. Mission Log updated. Okay. Kessel erobern. Oha. Das ist ein echt starkes Schiff. Okay. Kessel erobern. This way. Ja, das Bruder mit Kessel ist halt leider nur. Ähm. Die kriegen eine Scherenzersteuer als Verstärkung. So. Hier hätte ich theoretisch eine Flotte dafür. Constructing Unit. Also das Ding ist, ich muss mal. Also das Ding ist, ich kenne die Einheiten halt nicht alle auswendig. Deswegen muss ich immer mal drüber hovern und gucken, was da halt so steht. So. Ähm. Wogegen bist du denn gut? Ähm. Wogegen bist du denn gut? Ähm. Gut gegen Jäger und gegen Schiffe der Fregattengröße. Okay. Medium Armor. Okay. Wogegen bist du gut? Okay. Es ist ein Allrounder. Okay. Es ist ein Screener und Hunter und es ist nur ein Hunter. Okay. Dann würde ich einfach sagen, baue ich einfach mehrere Hunter und Hunter dann einfach alle, bis sie tot sind. Hört sich nach dem Plan an. Ähm. Ist halt die Frage, ob das wirklich clever ist, die hier zu bauen. Ich baue lieber hier. Ein paar Hammerheads. Constructing Unit. Ein paar Y-Wings. So. Das ist nur eine Jäger Station. War besser als nichts. Constructing Complete. Ja, Karri, da könnt ihr euch auch gerne noch holen. Da sage ich erstmal gar nichts. Ja, gut. Ähm. Genau, das wollte ich machen. Dann kann ich hier eigentlich nochmal Geld rein investieren. Ähm. Wobei lohnt sich das? Für 43? Recruiting. Egal was man hat, hat man. So. Skip you. Let's move out. Skip you könnten wir euch auch nochmal überlegen. Upgrade unter Instruktion. Mehr Kohle rauszuholen. Aber. Ich hätte gerne lieber. Unit in Produktion. Trägerschiff. Ein T-Wing. Ein Squad. Ne, das ist kein guter Träger. Ähm. Mal kurz überlegen. Also ich hätte gerne noch eine Armheit Fregerte. Constructing Unit. Dann habe ich 5. X-Wings sind zu teuer. Unit in Produktion. Constructing Unit. Die sind halt auch nicht schlecht. So, ich kann die Jäger aber woanders bauen. Oder? Ja, eigentlich nicht. Complete. Mal krass, dass so ein X-Wing fast 1000 kostet, Alter. Das ist ein fucking X-Wing. So, ja. Einmal 1000, bitte. Okay. Ähm. Mission Log updated. Ja. Carida. Ja. B-Wing Squadron reporting. Constructing Unit. Constructing Unit. Wie gesagt, mein ganzes Geld fließt jetzt erstmal in Einheiten. Wie gesagt, mein ganzes Geld fließt jetzt erstmal in Einheiten. Ja, dann Abfahrt. Geht raus. Komm her, A2. Bei Ihrer Kommandion. Taktische Begleitung. Im Moment. Wenn die keine haben. Aber rein da. Das Ding ist an der Mod. Ich finde, ähm, es hört sich jetzt komisch an. Aber man fühlt sich auch an, als würde man die Rebellen spielen. Weil guckt euch meine Flotte mal an. Ich hab sechs Y-Wing Geschwader und ich hab ein paar Hammerhead-Fregatten. Und das war's. So, und mehr hatten die Rebellen ja eigentlich auch nicht. So die großen Schiffe kamen ja erst. So. Das finde ich halt auch ganz cool. Jungs, ihr seid einfach nur nach vorne fliegen. Das ist maximale Power to Engines. Ertäuschend. Ich hoffe, die springen nicht im Raum, ansonsten höre ich. Ja, sicher. Ich verstehe. So. Das sah echt ganz geil aus. Die Planeten so im Hintergrund. Und dann sieht man die Engines. Können wir mal hier auf die Hammerhead gehen? Roger that. Form up. Awaiting orders. Ich verstehe. Ich verstehe. Das einzige, was halt stört, ist halt der grüne Strich. Aber ansonsten. Die Brücke vorne sieht man auch. Man sieht die Schütztürme. Schon ein nächstes Modell. Okay, ich glaube, die springen nicht weg. Okay, das ist nice. Dass ich die jetzt dann gleich direkt abgefahren habe. Fall out. Enemy unit sighted. Fire. Let's move out. Awaiting your orders. Yes, Commander. Targeting the gravity well generator. Reporting. Okay, was seid ihr? Answer Fregatten. So, ähm. Attacking. Targeting. Targeting. Target those gravity well generators. Ready. At your command. Your order, enter. Targeting. Targeting. Intent. Glutiver. Generator. Open fire. Ready for action. Attack that target. Attack that target. Attack that target. And there is the carrier. So, weil durch die Ionen-Dinger... Wo kommt denn dieses Liegen her? Gute Fokus-Feier machen. Ich weiß immer noch nicht ob das ein Ionen-Stunner ist. Okay, die haben aber gerade eben gut funktioniert. Ja, vielleicht braucht ihr die ganze Zeit diese Kack-Dinger da. So, der ist tot, sehr gut. Bombers, reporting in. Starting my run. Changing course to intercept. Ready for action. Order confirmed. Mach den bitte eben weg. Let's go. Standing by. Yes, sir. Roger that. Proceeding to coordinates. I copy, sir. Fire. Roger that. Keep going. Target under our protection. We're here. Speed. Ich glaube, die müssen nur in die Nähe fliegen. Und dann setzt du einfach das hier ein. Und dann geht es in Stunt. Okay, ja cool. Copy, I copy. They're falling back. Destroy the engine. Squadron, moving out. Torpedoes armed. Right away. Awaiting your orders. Der Antrieb hatte 0,6% oder so. Das ist aber ein Witz jetzt. Mission Log updated. On my way. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Uh. Ganz schön viele Credits. Ähm. Okay, dann sparen wir jetzt auf 20k und kaufen das dann. Das bauen wir bei Ubran, weil das ist geschützt soweit. Mission Log updated. Was denn noch? Achso, hab ich irgendwas vergessen zu bauen, ne? Passiert. Ähm. 22.000. Tech Upgrade unter Konstruktion. Das dauert auf 6 Minuten, Alter. Holy Shit. So Kashyyyk darf halt da niemals fallen. So, ähm. Unit in Produktion. Gerne noch mal ne Hammerhead. So. Ähm. Dadadada. Kreuzer bereit, Sir. Was kannst du eigentlich? Ein Gunship, okay. Heavy Firepower, mhm. Gut gegen Korvetten und Fregatten. Kann auch große und Schiffen Schaden zufügen, aber nicht viel. Okay, er ist ja auch nice. Ja, ich gehe gerne noch mal Brawler. Unit in Produktion. Ein Brawler. So. Building under construction. Okay, ähm. Ort Mantell. Erdwirtisch kann ich hier auch noch mal ne Werft bauen, aber wofür? Ah. Medium Triplot kann ich hier bauen. Ja. Ionkanone. Ionkanone wäre ne Überlegung. Constructing Unit. Constructing Unit. Beginning Construction. Boah, ich weiß nicht. Zwei haben wir jetzt. Unit canceled. Ich mache erst mal nur eine. So, wie sieht es mit unserer Flotte aus? Wie groß ist die? 17. Das Ding ist, wenn ich Kessel eroberre, ich muss mal gucken. Was ist jetzt hier mit Mandalore passiert? Oh Gott, die haben sich Mandalore geholt. Heißt ja, Band 4 ist theoretisch ein potenzielles Ziel. Aber das sollten wir hinkriegen. So, ich wollte gucken. Genau. Sieben Wochen sind schon um. Okay. Weil wenn wir Kessel, die Raumschlacht gewinnen, ähm, kriegen wir die Flotte. So. Das, was wir bis jetzt haben, ist schon mal nicht schlecht. Ähm. Jetzt muss ich nur überlegen. Was ich sonst noch brauche. Constructing Unit. Mission Log Updated. Okay. Prototype. E-Wing Starfighters. Auf jeden Fall. Die nehme ich gerne. Dann sparen wir mal eben. Mission Log Updated. Nice. Strike Fighters. Okay. Ähm. Nebulon B mit. Squadron reporting. Schadet nicht. 55325. Ja. Dann holen wir uns Kessel. Squadron reporting. Ähm. Mission Log Updated. Mission Log Updated. Bill Bringi. Wo ist denn Bill Bringi? Ähm. Bei dem Böhm-Böhm müsste hier oben irgendwo sein. Ne. Dieses Bill Bringi. Na klar. Easy. Ähm. Nur mal kurz was mich da so erwartet. So. Das ist potenziell schon sehr stark. Versteh das mit dem Geld noch nicht. Also. Ich krieg insgesamt 6000. So. Ich krieg Minus. Wie von diesen. Ähm. Hier. X. XQ1 Stations. Okay. Die hab ich gebaut. Garditionspost. Was mach ich denn so wenig? Basic Trade Rules. The Wheel. Ah. Stimmt. Weil. The Wheel. Da schwankt ja so stark. Stand doch da. Mhm. Mhm. Okay. Mal kurz nach Bill Bringi gucken. Das ist gar nichts. Okay. Wo ist die Flotte? 20. Ähm. Wenn ich hier was reißen will, dann brauche ich schon eine Shipyard. Building under construction. Die gönne ich mir jetzt auch. So. Dann wollte ich hier eigentlich noch eine Bodenarmee ausheben. Bin ich auch gerade dabei. Kann ich nochmal. Unit in production. Vehicle in production. Vehicles bauen. So. Ähm. Recruiting. Hier krieg ich günstiger Infanterie. Das ist auch schon mal gut. So. Die Flotte ist jetzt gleich fertig. Und dann checke ich die nach. The Wheel. Construction complete. I hotly agree with you, Sir. Wir gehen über studieren, oder? Babylon B Frigate hier. So. Ähm. Ist fertig. Sehr gut. Holy shit. Hover Tank Company. Heavy Tramp Shuttle Company. Hover Tank Company. Heavy Tramp Shuttle Company. Company Hover Tank. Ähm. Dings Base. Ja. Ich hab nur eine Hammer halt. Scheiße. Ja, Commander. This way. Over there. Wahrscheinlich. Aber was hat der denn? Wie viele Schiffe? Ah. Okay. Also das ist maximale Energie zum Antrieb und weniger Damage kriegen zum Durchpushen. Cool. Ist das du? Ist das du? Ist das du ein Shuttle oder ist das ein Jäger? Hört noch eine Blue Ring aus. Pfff. Defense Mode. We've got them! Send Reinforcements! Cool, dass die die auch so ein und aus fährt. Was ist das jetzt? Ne, so ist der schneller. Proceding. Ready. Moving out. Choose your Reinforcements. Ready for command. Squadron, move out. Erstmal gucken, was für Einheiten ergeben hat. Wenn jetzt die gleich so fette Space Stations sind, dann wird's schwierig. Ist halt so das Problem. Asteroids ahead. Switch shields to double front. Okay. Asteroids ahead. Switch shields to double front. War es nicht voll smart an, wenn ich mich mit meinen kleinen Schiffen da rein stelle? Asteroids ahead. Switch shields to double front. Right away. Corvette moving out. Die klingen da drin ja kein Damage. Roger that. Right away. Moving out. Ready for action. Fall out. Natürlich muss ich den erstmal ein bisschen anlocken. Form up. Heading out. Fall out. Let's move out. Choose your Reinforcements. Let's move out. 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 Ja. Das mit Begringi müssen wir mal verschieben auf den nächsten 20 Parts. Hehehe. Hehehe. Keine Ahnung. Was, was, was gäb's dafür? Warte mal. Was, was wolltest du mir andrehen? E.T. Lightcruiser? Was ist das denn? E.T. Lightcruiser? Das hat man nie gehört. Okay. Komisch. So, das war's aber auch schon für diesen Part. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So. 001